Hallo, ich bin Vanessa aus Deutschland. Ich bin hier in wunderschönen Wien und ich stehe gerade auf dem Michaela-Platz vor der spanischen Hofreitschule. Hinter mir befindet sich auch noch das Sissi-Museum. Aber wir werden heute mal ein bisschen mehr hinter die Kulissen der spanischen Hofreitschule gucken. Und ich glaube, ihr dürft auch einfach mitkommen. Deswegen lasst uns mal sehen. So, wir haben uns jetzt eben das Morgentraining angeguckt. Also das war wirklich sehr imposant, wie die Pferde dressiert sind, wie das alles zu der Musik gepasst hat. Ich habe selber einen Hund und ich weiß wie viele Stunden und Leckerlis es gedauert hat, dass sie überhaupt Sitz machen konnte. Von daher wirklich Chapeau, gute Leistung. Neben mir ist jetzt ein Pferd und das hat sich bestimmt ein Leckerlis verdient. Damit keiner zu kurz kommt. So, das waren jetzt extrem viele Eindrücke hier in der spanischen Hofreitschule. Ich habe jetzt richtig Hunger und deswegen gehen wir jetzt erst mal und suchen uns was zum Mittag. So, das war jetzt wirklich lecker. Und ich habe jetzt einen ganz dicken Bauch und kann mich nicht mal viel bewegen. Aber das ist gar nicht schlimm. Denn direkt neben dem Tierenbistro ist das Hundertwassermuseum. Und das gucke ich mir jetzt an. Hundertwasser war schon wirklich ein außergewöhnlicher Künstler. Sehr interessante Bilder, sehr farbenfroh. Das Gebäude an sich ist schon ein Besuch wert. Der Fußboden ist zum Teil uneben. Die Wände sind nicht gerade. Trotzdem möchte ich mir jetzt aber noch was klassisches angucken und werde es jetzt im Schloss Belvedere und mir ein paar Gemälde von Klimt angucken. Ich stehe jetzt vor dem oberen Belvedere. Das Gebäude ist im Rahmen von einer wirklich traumhaften Parkanlage. Es gibt noch den Alpengarten, den man sich hier angucken kann. Ich möchte jetzt aber erstmal in das Gebäude. Dort ist nämlich das Museum und das berühmte Gemälde von Gustav Klimt, der Kuss. Das habe ich schon auf so vielen Souvenirs in der Innenstadt gesehen, dass ich Wien nicht verlassen kann, bevor ich dieses Gemälde einmal in echt gesehen habe. Also, gucken wir doch mal, ob ihr es finden. Kommt mit! Das war Schloss Belvedere. Ein wirklich schönes Gebäude, ein interessantes Museum. Mein Tag in Wien geht jetzt hier leider zu Ende. Ich hatte tolle Eindrücke, einen schönen Tag. Mir liegt es an euch, dass ihr Wien auf eure eigene Art und Weise entdeckt. Also sucht nach Flügen, bucht ein Hotel, kommt her. Ich war nicht das letzte Mal hier und wer weiß, vielleicht treffen wir uns mal auf eine Wiener Melange in irgendeinem netten Café. Also, macht's gut! �� wundervere. Untertitelung des ZDF, 2020